Zur Feier der 1500 Folge hat sich das Team von Shopping Queen etwas Besonderes einfallen lassen. Und noch ein weiteres Highlight wartet auf die Vox-Zuschauer. Neues Jahr, neuer Trend und ganz viel Shopping-Laune. Wer sich für das modische Jahr 2019 inspirieren lassen möchte, ist bei Shopping Queen wieder richtig aufgehoben. Gleich zwei besondere Highlights erwarten die Fans 2019. Am Sonntag, 27 Januar, findet eine Folge auf Hoher See statt. Vom 11. bis 15. Februar wird Jubiläum gefeiert. Shopping Queen auf Hoher See heißt die maritime Sonderfolge, die zur Primetime zu sehen ist. Vier Kandidatinnen sollen in verschiedenen Städten am Mittelmeer ein Outfit zusammenstellen. Für die Aufgabe erhalten sie jeweils prominente Unterstützung, Christine Neubauer, Sabrina Zettlur, Janine Kunze und Angelina Kirsch beraten die Frauen dabei. In den ihnen unbekannten Destinationen schicke Mode unter dem Motto Luftig, leicht, leger, das trägt Frau am Mittelmeer. Zu finden Doch damit noch nicht genug, in der Werkwoche vom 11. bis 15. Februar feiert die Show von Dilo Maria Kretschmer Jubiläum, die 1500. Folge wird ausgestrahlt. Shooting Star, setze dich und dein neues Outfit bei einem Fotoshooting mit Guido in Szene. Lautet das Motto zum feierlichen Anlass. Den Kandidatinnen wird ein Outfit zugelost, das sie präsentieren müssen. Wer gewinnt, darf das edle Stück behalten und bekommt dazu nicht nur 1500 Euro Gewinnprämie, sondern auch ein Fotoshooting mit Guido höchstpersönlich. Das ist persönlich.